Unterwegs zur Route 66. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Wenn ich das jetzt sage. Aber es könnte, ich zeig's euch, tatsächlich mein Diamond-Spiel sein. Dass ich endlich zurück nach Diamond komme. Es könnte knapp werden mit 81, obwohl es sind 19 Punkte. Nee, das ist eigentlich manchmal... Man kriegt immer so um die 22 bis 24 Punkte oder was. Ich dachte, ich nehm euch jetzt einfach mal mit. Ich lad das dann aber auch nicht hoch, wenn es nicht wird. Und deswegen kann es auch sein, dass ich jetzt gerade umsonst rede. Und... Ja, ähm... Das wäre einfach so mega gerade. Ich habe... Ich habe... Ich spiele übrigens auf den NA-Servern gerade wieder, auf Amerika, weil EU ist einfach furchtbar. Die Mediabüdo-Maker habe ich letzte Runde schon gespielt. Sie war ziemlich gut. Und ich glaube, der Zenyatta war auch schon letzte Runde bei mir mit dem Team. Ich bin mir aber nicht sicher. Und wir haben gewonnen. War super. Ja, wie gesagt, das ist jetzt... Diamond-Spiel. Ich... Ah, ich hoffe so sehr... Guys, I have to tell you something. We really, really, really have to win this, because, um... Since three seasons or two seasons, back to Diamond then. It would be sooo amazing. Ich interessiert zwar keinen, aber ich sag's trotzdem. So, no pressure on you, but we should win. Jetzt bist du zu spitz in Leistungen, Kay. Not... nothing, dude, nothing. Wie ich schon gesagt habe, es interessiert niemanden. Jeder denkt hier dem Spiel an sich. Aber ich gebe jetzt hier mein Bestes um. Deswegen werde ich auch gar nicht so viel... Dann werde ich auch gar nicht so viel... Ich würde sagen, ich würde gerne den Wein da unten reisen. Ich würde gerne den Wein da unten reisen. Hallo, bitte? Ich bin aufgeregt, ja. Es wird sich aufgeregt, ich bin aufgeregt. Okay, das funktioniert gar nicht so gut. Ich sag, ich würde verlieren das Spiel. Das wäre auch das erste Spiel seit... Ich weiß nicht, wie viele Tagen was ich wieder verlieren würde. Ich hatte so einen guten Winning Streak. Ich sage jetzt gerade alles, was dafür da ist, damit ich nicht gewinne. Alles, was irgendwie... Alles, was irgendwie... Oh, das war's. 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 Okay, ich schweige jetzt mal auf dieser... Wir gruben gerade auch wieder nicht ab, ne? Ach, scheiße. Ich bin so traurig. Okay, wir alle wissen... Das ist meine Ausrede immer. Attack ist leichter als Defense. Ist einfach so. Und wir sind gerade in der Defense. Mal sie. Okay, ready? Let's go. Now, die da hat und schweige. Nice Reflex here. Make sure he's behind you guys. I... Now that Reflex... Fuckin... Save the day. I- I- Ich muss dann gleich mal nach meinem Kirschkernkissen gucken, wenn ich das nächste Mal tot bin, damit das nicht weiterkommt. Ich kann sie nicht mehr, das ist ein Einziger, das ist ein Einziger. Ich habe es zu spät gesehen. Konnte ich den Vincent eigentlich übersehen? Ich habe keine Ahnung. I have Valkyrie ready? Ich habe eine Transarm. Was ist das? Okay, wenn es so was on me, he's behind you. Achso, mein Kirschkernkissen. Ach, scheiße. Ich hab grad nicht. Jetzt gleich mal. Okay. Warte, ich mach zumindest mal den Herdscher aus. Okay. Okay. Okay, ich mach nicht. Ich hab ihn. Oh, he won't leave me alone. Ult him all right, get him. D-1 D-1. Oh, shit. Aber vielleicht kriegen wir's hier noch in Overtime, das wär echt gut. War Schalle leider nicht, aber 2.5. Good round, guys. Der Winston, der ging mir aufs Schwein. Der ging mir so aufs Schwein. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Yen, ihr vorst mit dem Eier Schlauch. Hush. Äh, das stimmt. Dann waren wir schon mal so. Der Juni als Jauch. Und der Juni als Jauch. der Juni als Jauch undачte Gäu. Und der Juni als Jauch. Eine Farah ist gut hier. Ihr habt es so gewollt. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Es ist Zeit zu handeln. Bestätigt. Danke. Vielen Dank. Sorge du für Sicherheit in den Lüften. Alles klar. Du solltest wirklich besser auf dich abpassen. Bestätigt. Ja. We should do double shield bash then. Nice pack. Wie ist denn der da hingekommen? Wieso geht denn der da drauf da oben? Ich pöfel dich wieder. Scheiße. Das war einfach so bad. Ich habe den Pass. Die Rass muss in Bewegung sein. Das hat nur einen Blick für den Einsatz. Das ist einander. Mein Mann. Sorge. Das braucht nicht dass ich... Nee, 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 nee. Danke, danke, danke. Danke Oh my god Is he still alive? I think he is still alive Good job guys Good job Bryan Payload guys, payload Go 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 Ach, ich hasse Ult and the soldiers. Die sind so nervig mit dem scheiß Aim-Bot. Aber ich hab hier nichts mehr. Die haben so viele Ults, ich guck nicht das mal an. Das ist so fucking awesome. Das ist so fucking awesome. Nice, nice, nice. Sie sind so ein bisschen zu spitzleistungen. Ich werde die Flasche nicht mehr so viel zu spät. Oh. 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 Ich bin euer Schicht. Sicher über die Flasche. Meine gute Malti-Liebe Fähigkeit ist bereit. Oh noooo. You ready? Oh. Oh, Awesome is. Ah. Oh, he was 1. That is so annoying. Oh, he was 1. That is so annoying. Okay, Rana, I am going to wait for you to ult. Ich dachte schon, ich renne jetzt wieder in den... Run, run, run! Run, run, run! Nice, mh, ja. They've worked that well for me. Ich dachte schon, ich renne jetzt in den Charger da rein. Das ist so eine Mercy-Krankheit. Die Mercy rennt immer in den Charger da rein. Die haben den Beschen... ehrlich. His name is Sleeping Dream. Wir haben so viel mehr Zeit. Der Reaper, der Arsch. Vers handful Teil Durchsseite, der punching-Deal. 아이� agric-Krankheit? whatever they want. Es ist eine Verleuchte, sondern jeder zu einem Imprant. Okay, ist nur fair. Verziehen Sie die Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. You know, they're gonna go bastion. Ich passe auf das Achtung. How do we want to counter it? Wurrst du jetzt dein Weh? Need a Junkrat. Would be nice. Wow. Wir haben uns gerade erst aus meinem Nickerchen aufgewacht, aus meinem Mittagsschlaf. Was ist denn Mittagsmutzel? Ich bin nur ein bisschen verleiert. Ach, Leute, bitte lächeln. Aber der Skin ist echt schön. Das gefällt mir echt gerne. Hör auf. Ich blöde wie ein Schwein. Ich brauche Heilung. Dann gebe ich eine Heilung. Ja, Bitch. Das war's. 4, 3, 2, 1, angreifen. Wie er nach unten geguckt hat. Ach, ich hätte mein Kissen. Ich glaube, ich hole mir noch mal Thermak hier oder sowas. Äh, Lucy behind. Sie ist down. Help me behind you. Help me behind you. Help me behind you. There was no one behind. You jumped in front of me. Ja, I don't know what the fun that was. Halt den Stunt. I'm hanging out with the payload. Yeah, that's good. Ah, das wird so gut, wenn wir jetzt irgendwie diese payload hier halten. Wir haben dann noch fast 3 Minuten. Noch 10 Sekunden. And was eines loswerden ich hätte, was weiß ich aseguruigt. Oh uh... It's still here. Angeương 엣... Möwennles удобisch! Oh nee, Hauga nicht! Huh... Könige. Don't burn any ulns. Or... Kill em' all, I guess. Ja, ich glaube aber nicht, wir können halt nicht, wir sollten eigentlich abgucken, richtig. Kill, 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 kill. Kalot, guys, Kalot. Nice. Oh, god, oh, god, please a tot. Oh, what the fuck? Gotcha, gotcha. It caught me through the crack and the sign. Okay. Okay. Let's keep touching. Touch that. We are on it, we are on it. I'm coming back. Okay, okay, group up, group up, group up, don't go in, Junker, don't go in, let them push. We need to group up, it's not working. We cannot let them get it to the end, we have to stop them. Yeah, but we have to group up, it's not working out. We have to stop them. Yeah, we can stop when we group up. We need to go in. Oh, whoa, no, no heals, no heals, just go in, just go in. Oh, dude, they forgot, they forget to push. They forgot to push the card while they were in, he was killing me. Ah, war halt Killcam. Ich dachte gerade, die vergessen es wirklich, aber die haben es vergessen aber vorher. Yeah, I'm gonna make this whole point before we can group up now. Damn. Okay, I'm gonna touch on the last second. Just get ready to hop on with. Oh, they see me, they see. Okay, let's go back, 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 back. This is nuts. No, they can push the payload now, that's where to focus on the people behind. Can we regroup? Please back up. I have Valk ready. We need just one good old combo and then we got it. Ah, scheiße, dass das halt echt so weit geschafft haben, ne? There was no healer with you, dude. We have a, can we have a rinse, a McCree, please? A regroup? Thank you, thank you, thank you, thank you. I'm coming with Valk? You're coming with Valk? Wie neigebook. Ne, komisch nicht. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Ah, wenigstens nichts bis zum Ende. Ah, wir haben halt am Anfang so gut gehalten. Es ist so aufregend gerade. Ah, das ist so aufregend. Das Match gehe ich in 23 Minuten. Oh. Okay, okay, okay. Oh, it's a Christmas song. I love it. Sing it again. Okay, I'm gonna have to boost the shit out of that bastard. I love it. 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 Das ist so cute, ich liebe you ghoststun save it for a pinch don't just use it and hop off okay help Bastion set up again get Bastion back on this is awesome yeah they can't deal with it that the cheesy comp in highplot 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 that can look at the end worse than because the spawn point of the other now we have a Genji we have a Genji now ok we can't lose it from my life we can get all the way out we got Rhine ult so just wait for that shield to burn and just hammer them we're gonna nano Bastion if i can hit him in between all of you dude melt him melt him melt him dammit Zaya behind Zaya behind just a couple more meters we got this come on and Moira is killing everyone behind their divas disconnected did we really lose this now no it's a draw what no it's not a draw they got to six point dude I didn't even notice that we're over time what the fuck oh mercy let's uh let's purity do that's so sad we did so good oh that's 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 nix with diamond oh 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 du what's okay vielleicht beim nächsten mal also bis dann Bis zum nächsten Mal.